Wir sind die Familie Klöpper, Andrea Klöpper, Rainer Klöpper, unsere beiden Jungs, die fehlen jetzt hier noch auf dem Bild. Wir betreiben in Arnsberg jetzt die Country Lodge seit acht Jahren und haben das Ganze aus einem ehemaligen Munitionsdepot der belgischen Armee hier am Stadtrand von Arnsberg aufgebaut. Wir haben nie zu trockene, nie zu feuchte Luft in den Räumen, weil Holz immer passend die Luftfeuchtigkeit transportiert. Ferienanlage und Hotelanlage gliedert sich hier in unterschiedliche Haustypen. Wir haben also zwei Ferienhäuser, wovon wir in einem Ferienhaus auch netterweise noch eine Sauna, einen Kamin drin haben, Panoramaterrasse mit wunderbarem Blick hier auf die Altstadt von Arnsberg. Dann haben wir unser Restaurant noch. Das Restaurant gibt es noch, genau. Das Restaurant hat im Innenbereich 50 Sitzplätze, zwei wunderbare Außenterrassen, einmal zum Tal hin und einmal zur Hofseite. Tschüss.